Musik Ah, da ist er! Scheiße, ah, ich muss nachladen! Granite Launcher! Damn, geblindet! Polizei! Hier ist die Polizei! Hey, 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 nicht fliehen hier! Alter, Legs, ja! Ah! Ich treffe dich! Aha! 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 Alter! Da! Deckung! Deckung! Ich brauche Deckung! Bam! Aua! Ah, ich bin in den Brunnen gefallen! Scheiße! Das ist mein Tod! Gut! Warte, Game with 1, Game with 1, Game with 1, Game with 1! Okay, okay! Und damit herzlich willkommen zu dem neuen Projekt! Ähm... Ja, ähm, wir machen hier, wir haben ein schönes NPC-Village gefunden und sind einfach mal hingeflogen, also wir meine ich, ja, den da, der da schön fröhlich schießt und ich muss meine Sounds ein bisschen leiser machen, ja. Ja, meine Sounds ein bisschen leiser machen, jetzt muss ich mal losgehen, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir werden wahrscheinlich jede Folge einfach diese Map zerstören. Yay! Und, ähm... Kriegst du einen Raketenwerfer? Ja, du kriegst einen Raketenwerfer. Ähm... Ey, komm in den Skype rein! Okay, auf jeden Fall, ähm... Wir werden auf jeden Fall jedes Mal die Map zerstören, wenn diese Folge draußen ist. Und, ähm... Das fängt alles immer an mit einem Battle. Ich weiß noch nicht, wie ich das Format nenne. Der Brunnen! Ähm... Ja, der Brunnen ist gemeingefährlich, ne? Ach! Hey, das ist unfair! Okay, ähm... Auf jeden Fall... Werde ich auf jeden Fall immer beginnen mit einem Kampf. In diesem NPC-Village. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Format nenne. Aber auf jeden Fall... Ja, werde ich... Ja... Auf jeden Fall, ähm... Weiß ich noch nicht, was ich mache mit dem ganzen Zeug hier. Auf jeden Fall wird immer aber was anderes sein. So als Hauptthema. Ähm... Nämlich eine andere Hauptthema-Mod. Dieses Mal war es zum Beispiel die Flans-Mod. Wir werden aber auf jeden Fall immer mit der Flans-Mod beginnen. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber... Ähm... Wir werden als Hauptteil der Folge wahrscheinlich manchmal diese Mod nehmen. Oder diese Mod. Oder diese Mod. Oder halt diese Mod. Ähm... Wir werden aber auch andere Mods noch draufziehen. Also ist ein bisschen wie so ein Mod-Fun... Fun... Ich könnte Mod-Park... Ich kannte das Mod-Park... Ne... Ne... Warte, ich muss erst mal Game-Wall. Gami-Rule. Game-Wall. Game-Wall. Du... Du-Keep-Inventory. 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 Okay, man. Jetzt kann ich mich Game-Wall-Null machen, so. Na komm. Schieß mich. Warte. Warte, ich brenne. Komm, schieß. Schieß auf meinen Kopf. Ich hab keine Money mehr. Ha! Opfer! Ich hab keine Money mehr! Ha! Rahmen. Wunderdorf-Gagdales. Oh. Okay. Ähm... Auf jeden Fall... Ist das wahrscheinlich ein ganz lustiges Format. Und wir nehmen das einfach immer zu zweit auf. Ähm... So. Huch. Achso. Not enough items. Ja. Äh, warte. Warte, 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 warte. Wir machen einfach Inventory... Not... Enable... Back. Back. Okay. Jetzt ist es weg. Ähm... So, da sind wir wieder. Ähm... Leider war mein Speicherplatz voll und Fraps hat nicht mehr aufgenommen. Yeah! Aber... Wir machen jetzt ein kleines Battle zur Entschädigung. Ah, dein Schild kann ich mal, ne? Ich hab auch ein Schild, ne? Und was sagst du jetzt? Bei meinem Schild kannst du... Hä? Warum kann ich dich nicht treffen? Ich kann nicht flischen. Weil du sneakst. Nein! Achso. Ja, keine Ahnung. Ich bin mal ein Piste. Warte. Ja, denn wenn du dich nicht tötest, dann gebe ich dir auch eine. Du schimmst hier. Piu! Oh! Du hast zwei... So, hier hast du eine Desert Eagle und Desert Eagle Armor. Und... Und schreib mich nicht an, dass es falsch vielleicht wäre, dass ich das falsch gesagt habe. Gib mir mehr Armor! Nee, kannst mich mal. Warte. Bam. Bam. Bam, komm her! Ich kann nicht schießen. Ja, dumm halt. Ich kann nicht schießen. Hey, du kannst nicht schießen? Ja, du musst die andere Maustaste. Achso. Das ist wie bei deiner anderen... Ich kann nicht ja auch all this game mausten. Ja, warte. Ich... Ich mach mich auch wieder creative. Äh, nicht creative. Ähm, survival... Ah, warte, ich muss mich halt fallen. Ich muss mich halt fallen. Komm nicht näher. Ein Schuss, dass ich über tot. Hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen, aber egal. Ach, ein Schuss, der ist tot. Oh, was ist das? Das soll das nicht sein. Was? Ich war, dass ich jetzt mal eine Sniper habe. Hier, das war's so. Ich kenn dich doch. Du triffst doch Annie mit einer Sniper. Ach, Mann. Voll, ich treffe die. Geil. So. Aber jetzt hole ich mir die Supersniper. Ach, Mann. Nee, da hast du doch. Die heißt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, 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 ich soll trösten dir auch nicht. Oh, mein Gott. Du hast reich doch mit deiner Schuss gehalten. Dieses Schild hab ich gewusst, ich liebe das. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Ja, geh doch essen, ey. Komm, geh doch. Scheiße, ey, Drückeblech ist einfach so gut. Obwohl er die Mad noch nicht so lange gespielt hat sogar. Ich hätte sie eigentlich länger gespielt, aber dieses Match... Hey, du hast keine Minigun hier. Ich hab keine Minigun, ich hab die Desert Eagle. Die hast du auch. Die kannst du so schnell schießen. Ja, dann komm mal her, ich will es dann hier ausprobieren. Und der Desert Eagle. Nee. Guck mal, wie ich auf dem Klo sitze. Warte, wo bist du? Oh, das ist ekelhaft. Lasst es. Ey, scheiße, ich kann nicht... Oh, Alter, du hast mich getroffen sogar. Bam, bam. Hey, nicht zulässlich, geh auf dem Klo. Du kannst mich mal. Ich schaue jetzt, ich schaue jetzt, tolle Katze. Oh, ja, oh, ja. Ah, scheiße. Ich bin wichtig. Geh weg, ge... Oh, 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 oh. Ich geh, ich geh ja schon. Ich hab keine Amor für den Desert Eagle. Ah, Opfer. Opfer. Na, die Zeit. Ah. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Ich hab ein halbes Herz gehabt. Ey, so schwer. Ah, hab ich den. N-R-Socker getrackt. Nein. Ey, ich hab keine Amor mehr. Okay, was brauchst du? Der war ein Eagle. Okay, warte. Game out. Eins. Achso, ich... Könnte gleich auch mit Not in a... Zwei, drei, vier, fünf. Fünf Amor. Ja, okay. Amor Packs. Zwei. Zwei. Das muss reichen. Dann hol ich für mich auch nochmal vielleicht für die... Für den... Granatenwerfer, ne? Nein, 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 nein. Oh ja, komm, die In-Po-Pack-Granade. Die ist richtig OP. Die ist richtig OP. So, jetzt will ich immer mit dir skypen. Ja, warte. Okay, ähm... Slash Game Mode. Null. So. Ich knallte den Baller-Devon-Idee an. Ja, 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 ja. Ey, das Schild tut es abwehren. Das Schild wird auch... Ich hab Schallschaden wie auf meinen Schuhen. Ich bin kein Schaden. Scheiße, ich muss nachladen. Die Mod ist aber richtig... Also dieses Pack ist richtig gut programmiert. Nein, nicht. Doch, ist es. Ach. Treffen muss man können. Boah, was rätst du? Du rätst gerade in die falsche Richtung. Hey, ich treff dich nicht? Ah, getrackt! Zweite Wahl wird dauern. Aua, au, 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 au. Das kann ich auch. Scheiße. Ah, Opfer! Scheiße, ich muss... Ah, scheiße, ich hab keine... Boah, das war voll krass, ey. Boah. Alter, alter! Oh, scheiße, da muss ich noch irgendwie mit Rocket Launcher stehen. Ja, die Dinger bringen... Oh. Jetzt ist... Jetzt ist es in der Zucker beleidigt. Hilfe. Nehmen wir noch keine Armour von dir. Für was? Für was brauchst du? Meine. Shotgun? Shotgun? Was? Desert Eagle? Desert Eagle? Okay, dann kriegst du meine halt. Ich brauchst du eh nicht. Ich schieße jetzt nur noch mit der Shotgun. Warte. Nein, du kriegst meine Muni. Aua. Ja, jetzt nach Amo-Battle, ne? Ach so, warte, dann mach ich mal grad, ähm... Enable... Ah, jetzt seht ihr, warte. Von wer? Welcher? M40... M40... A3, okay. Ach, scheiße, jetzt kann ich mir das nicht geben. Was ist denn das für ein Saulaufen hier? Hey, ich kann mir gar nichts geben. Okay, ich muss grad meine Game Mode 1 und ich beende mal grad... Der Disable... Ey, ich weiß nicht, was mit Not Enough Items los ist. Irgendwie ging's mal und irgendwie nicht. Warte. Ich weiß, wie die aussieht, so. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ey. Ey. Ja. Ey, ich muss doch erst mal nachlassen. Was ist? Boah, ich bin richtig der Skiller, ne? Oh, voll der Skiller. Alter, wenn du jetzt triffst, ey. Ich bin tot. Scheiße, ich hab da... Ja. Ja. Bam. Weggefetzt. Ähm, es gibt sowas von Rache mit beidem. Jo. Ja, hab ich dich weggefetzt? Nein, noch nicht mehr. Aua. Oh, ich fetz mich grad selber weg, glaub ich. Nee, komm und lass es jetzt. Ich hab... Ich hab... Okay, ich hab noch viele. Boah, einfach... Mast... Du lenkst unten hier. Ähm, okay. Ey, wirst du schön noch ein bisschen die Map? Und... Da krieg ich auch so ein Ding. Okay, du kriegst auch so ein Ding. Warte, zum Ende nochmal. Äh, wo bist du? Da. Gib mir einfach gerne noch eins. Warte, du kriegst noch ganz viel diese explosive Muni. Und dann... Ja, toll, wo bist du? Da. Da liegt sie. Und hier ist deine explosive Muni. Und wir zerstören einfach die Map. Und, ähm, danke, dass ihr einfach diesen Part bis zum Ende durchgeguckt habt. Es war ein bisschen chaotisch. Nächstes Mal wird es etwas anders. Da sind wir ein bisschen mehr vorbereitet da. Und da konnten ein paar Mods und so. Äh. Freue mich, dass ihr auf jeden Fall zugeschaut habt. Wie oft noch gesagt. Äh. Kann es auch Dings zerstören? Nee, so. Nee. Schade. Obst du... Ja, dann kann es nicht zerstören. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, willst du noch etwas sagen? Komm mal her. Komm mal her. Nö, willst du nichts sagen? Okay. Ähm. Das wär's dann mit dem Part. Wir machen noch ein bisschen die Map kaputt. Und bis dann. Ciao.